Dachstuhlbrand. Im Frankfurter Westend ist am Abend eine Dachgeschosswohnung ausgebrannt. Das Feuer entzündete sich auf dem Balkon des Doppelhauses an einem Gasgrill. Die Bewohnerin wurde von der Feuerwehr gerettet. Sie erlitt einen Schock. Der Dachstuhl des Hauses wurde völlig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro.